Kennt ihr das, wenn ihr vor schweren Entscheidungen steht und euch quält über Tage und Nächte und überlegt, wie ist diese Entscheidung jetzt idealerweise zu treffen? Beruflich wie privat? Und ihr wartet auf den nächsten Tag, ihr wartet auf die nächsten Excel-Sheets, auf die nächsten Daten, mit denen ihr vielleicht dann besser wisst, wie ihr euch entscheiden sollt? Kennt ihr das auch, dass ihr dann verzweifelt seid und die Entscheidung noch länger hinauszögert? Und ihr merkt, dass die Menschen um euch herum darauf warten, dass ihr jetzt eine Entscheidung trefft? Warum ist das so? Warum fällt uns das Entscheidung-Treffen auch in der Führungsarbeit so wahnsinnig schwer? Na ja, müssen wir uns mal anschauen, was Entscheidungen eigentlich so sind. Entscheidungen sind immer zukunftsgerichtet, weil sie ja immer erst morgen belegen, ob sie richtig oder falsch waren. Wenn ich heute wüsste, was morgen richtig ist, könnte ich mich heute auch gut entscheiden. Aber nachdem ich erst morgen weiß, ob die gestrige Entscheidung richtig war, tue ich mich heute schwer damit. Was machen wir normalerweise? Wir suchen nach Datenzahlen und Fakten und versuchen möglichst viel Sachargumente zu bringen, um diese Entscheidung dann zu rechtfertigen. Aber ihr kennt das aus dem Arbeitsalltag, aus dem Führungsalltag. Übermorgen kommt euer Chef, euer Chefin und sagt, warum hast du gestern so entschieden? Warum hast du vorgestern so entschieden? Und du müsstest eigentlich sagen, wenn ich das vorgestern gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mich vorgestern auch schon anders entschieden. Wir müssen also damit leben, dass wir in Entscheidungssituationen mit einem hohen Risiko umgehen müssen. Wir müssen damit leben, dass die Entscheidung, die ich jetzt treffe, jetzt richtig ist und morgen vielleicht falsch ist und ich sie korrigieren muss. Was brauche ich also dafür, wenn ich Entscheidungen treffen will? Ich brauche sicherlich ein ordentliches Packen an Daten, Zahlen und Fakten, diese klassischen ZDFs. Ich brauche aber auch den Mut, diese Entscheidung zu treffen und eine mögliche Fehlentscheidung auszuhalten. Das Fazit, der mögliche Arbeitsauftrag für die Zukunft kann heißen, traut euch mehr, eurer Intuition zu glauben, hört mehr auf euer Bauchgefühl und lasst euch nicht ausschließlich von Zahlen, Daten und Fakten treiben, weil die eben halt morgen auch schon wieder falsch sein können. Euer Bauchgefühl sagt euch aber ziemlich früh, ist das richtig, was ich hier tue, ist es falsch. Und dieses Bauchgefühl, diese Intuition ist eben halt auch genau das, was wir immer wieder brauchen. Wir haben es da, unser Bauch sagt uns, was zu tun ist, unser Kopf lässt die Antwort nicht zu. Das gilt beruflich wie privat. Da gibt es ja immer so ein paar Situationen, wo es darauf ankommt, zu entscheiden. Und dann wirklich der Intuition zu folgen und nicht der Zahlen, Daten und Faktenwelt, ist meistens die bessere Entscheidung. Die Arbeitswelt, in der wir leben, lässt aber Intuition nicht zu. Du kannst nicht zu deinem Chef gehen und sagen, ich habe mich so entschieden, weil ich intuitiv gestern Nacht das Gefühl hatte, dass es richtig ist. So weit sind wir leider noch nicht. Aber vielleicht macht es Sinn, sich in der Zukunft mehr Raum zu geben, der Intuition Platz zu geben, dafür zu sorgen, dass Intuition in meinem Entscheidungsprozess einen richtigen Platz bekommt. Versucht es, probiert es aus. NORMAL DR. ORGOMAL DORMAL